Herzlich Willkommen zu neuen Call of Duty Video. Spiel Black Ops 2, frei für alle. Ich habe so einen Drei-Schuss-Waffen-Betrieb wieder dabei. Hier ist einer, hier ist einer. Ich komme schon. Boah, jetzt hat einer gemessert, oder wie? Ja, hier. Sehr gut, nachladen. So, mal schauen, wo die ganzen Gegner überall sind. Da wird ja einer respawnt, oder? Nein, 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 hinter mir, hinter mir. Boah. Das habe ich gar nicht gesehen. So, von der Seite müsste einer kommen. Aber es kommt keiner. Nein, 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 jetzt bloß nicht. So, hier, hier, hier. Aber bleibst du stehen? Wow, das war aber hier jetzt knapp. Ich muss schnell hier weiter. Diesmal liege ich nicht in Führung. Boah, das war ja ultra knapp gerade. Boah. Jetzt aber. Noch einer. Nein. Das gibt es doch nicht. Jetzt bin ich auch noch drauf reingefallen. Das hätte jetzt nicht passieren dürfen. So, von der Seite. Boah, nein, 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 nein. Nein, jetzt nicht. Ich mache eine Pause. So, jetzt kann er kommen. Er will nicht. Ich habe ihn wohl verpasst. Ne, hier ist er. Was? Das gibt es nicht. Er steht die ganze Zeit rum. Und er kriegt mich noch. So, jetzt aber. Jetzt ist Schluss. Okay, dann hätte ich jetzt ein bisschen schneller treffen müssen. Komm. Yeah. Ich glaube, mit der Waffe läuft es nicht so arg. Aber ich wollte es trotzdem mal mit der ausprobieren. So, wo jetzt? Wo jetzt? Wo jetzt? Hier. Oder? Da habe ich mich jetzt da getäuscht. Nein. Das kannst du nicht sein. Ich sehe keinen. Und dann werde ich die ganze Zeit angeschossen. Wo denn jetzt? Ne, hier nicht. Ich muss jetzt immer wieder auf der Karte schauen. Ne, ich auch nicht. Hier, hier. Hier. Yeah. Nein, 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 nein. Nein. Wo denn? Hier. Nein. Hier. Puh. Oh, fertig, fertig, fertig. Hier rein, hier rein. Boah, das ist aber eine verrückte Runde, muss man mal ehrlich sagen. Natürlich. Das gibt es doch nicht. Hier, hier, hier. Geh weg, du Snipertyp. Einfach weggehen hier. Yeah. Das wird hier auf jeden Fall ein knappes Match werden. Irgendwo dort hinten. Hier ist noch ein Snipertyp. Genau. Boah, ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass er mich jetzt trifft. Er hat mich. Ist klar. Glaube ich irgendwie nicht. Boah, jetzt, boah, jetzt. Hier. Yeah, Headshot. Der Nächste muss hier sein, oder hier. Ja. Habe ihn. Sehr gut. Ein bisschen hier reingehen. Nein, nein. Kann es jetzt nicht sein, oder? Boah. Nachladen. Yeah. Und der Nächste ist platt. So, nochmal nachladen hier. Komm her, komm her. Wo bist du? Hier. Hier ist der Dock. Nein, wieder ein Snipertyp. Und der ist weg. Hier, hier, hier. Nein, das habe ich kein Muni mehr. Jetzt muss ich mit dem Messer ran. Wenn ich nicht vorher tot bin. Hier nicht, hier nicht. Wo seid ihr? Hier ist keiner da. Hier, hier. Und weg bist du. Mit dem Schild. Ich komme. Von der Seite. Nein. Was? Das gibt es doch nicht. Ich habe jetzt meinen Blitzschlag. Werde ich jetzt mal einlösen hier. Okay, hier. Hier. Oh, nee. Machen wir spontan hier einfach. So, jetzt mal kurz hier abwarten. Yeah, zwei Stück sogar. Jetzt läuft es ein bisschen. Muss aber jetzt Gas geben auf jeden Fall. Okay, dazu sage ich nichts. Komm, ich muss jetzt Gas geben bis zum Sieg. Das gibt es doch nicht. Dass ich das Ding einfach nicht bis jetzt schaffe. Da läuft doch einer, oder? Oder bin ich jetzt... Und sehe ich nichts. Hier. Hier, habe ich ihn. Ich komme. Hinter mir. Komm, zeig dich doch. Ach, hier. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht auf jeden Fall, was hier los ist. Ich sehe die Gegner manchmal nicht. Das ist auf jeden Fall nicht mein Match. Hier nicht? Nee. Irgendwann wird schon einer kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier, genau. Nein. Hier, komm. Ja, ich bin gebessert worden. Das gibt es doch nicht. Jetzt ist hier Schluss mit lustig. So, nachladen. Drei Kills noch. Dann habe ich auch gewonnen. So, der ist schon mal tot. Ich kriege mich ein bisschen an der Ecke. Hier. Der nächste noch zweimal. Dann habe ich es gewonnen. Ja, immer wieder werde ich angeschossen. Das ganze matcht schon. Ist schon ein bisschen nervig. Hier. Ein Kill noch. Und dann machst du es auch. Komm. Hier. Ich bin tot. Das gibt es doch nicht. Das gibt es einfach nicht. Das kann es einfach nicht sein. Dass es nicht funktioniert. Wie ich es haben möchte. Zumindest. So, hier. Jetzt ist es Ende. Ja. Gewonnen. Endlich. Das war ein verrücktes Match. Ich hatte auch ziemlich Pech gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ihr wisst es nach dem nächsten Mal. Call of Duty Black Ops 2. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.